Herzlich willkommen! Sie sind auf dem exklusivsten Teil unserer Internetseite gelandet, nämlich in dem Teil, der für Sie, unsere Patienten, reserviert ist. Wir haben das eingerichtet, damit wir auch im Anschluss an eine Behandlung oder unabhängig von einer Behandlung in Kontakt mit Ihnen sein können. Vor allen Dingen möchten wir Sie anregen, Selbsthilfe zu betreiben. Selbsthilfe spielt bei Schmerzerkrankungen oder bei Schwellungen oder bei funktionellen Störungen eine ganz, ganz zentrale Rolle. Also hier finden Sie zum Beispiel Informationen über die richtige Ernährung, richtige Bewegung, die nicht wehtut und die trotzdem die Fitness steigert. Was können Sie tun für die Entspannung? Wie können Sie Ödeme bekämpfen? Wie kann man sich im Alltag richtig verhalten? Zu all diesen Bereichen sollten Sie Informationen finden und im Laufe der Zeit wird das noch ein bisschen mehr werden. Wenn Sie weitere Fragen haben, schicken Sie eine E-Mail oder rufen Sie an. Ich hoffe, dass all diese Informationen für Sie hilfreich sind. So, viel Spaß dabei und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder mal persönlich. Bis dann. Tschüss.